hallo zusammen da sind wir wieder sehr wohl hier in gothic einem playable teaser oder so ähnlich warum sollten wir jetzt wir haben eine aufgabe kriegt nämlich auch haben wir die noch von blotwin etwas fleisch um schulden sind es ist ein wulfskorn haben wir einen snapper also war das jetzt eigentlich blöd dass wir da erst hoch sind naja also nicht so alles genau oder das ist das blinde spiel fangen wir hoch also die snapper sind die scavenger sind das mal der snapper hat der hebel noch einmal falls da unten wäre der fahrstuhl oder also grillen können wir nicht da ist ein snapper oder ist es ein scavenger auto liegt was geht es doch hin nepa schlagt so halte ich die falsche tasse schlage meine rei jetzt müssen wir aber dick umsuchen, stecken wir die waffe weg und laufen ein bisschen, jetzt brauchen wir was zum schneppern moment was haben wir doch auch du scheiße, der macht uns alle verbrauchsgegenstände ok frei schnaps ausdauer ja, wie lange? hohen alkoholanteil, das ist jetzt nicht gut und da riskieren wir eins so und so eins müssen wir ein bisschen, ach du scheiße, das ist halt zu wenig Bogen wäre nicht schlecht sind auch ziemlich nicht so gut, die Fische kann ich mich anschleichen aber schleichen auch nur Mobbisch, spring oder hupf es wird enger, der kommt, der wird enger ähm wenn du uns aber doch gerade mit mühe und not über was er halte, ja weiter 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 ach karte ach keine Ausdauer mehr scheiße, die gute Ausdauer, das ist so blöd ach du scheiße, ja Mistviecher Mistviecher, ja Waffe weg jetzt ach du scheiße ach du scheiße wenn wir da jetzt nicht jetzt wird das wird das eine schnappen wir schnappen wir nicht schnappen wir nicht schnappen wir nicht das ist ein Baum ach du scheiße, das ist ein Baum wenn wir das wär gerissenes Tier was nochmal wieder ein bisschen ist ein bisschen benötigt aber es gibt noch Blaubeeren Gott sei Dank ja wenn wir denn wenige Lebenspunkte kommen wir dann nicht über die Runde nicht über die Runde nicht mal verschlossen Pfeile haben wir genug jetzt hätte ich sagen aber einen Bogen vielleicht gibt uns blöd wie einen Bogen einen Jagdbogen ist das jetzt eins nebenbei oder ist das ein ähm wer ist das ein ähm Scamager Wölfer ich glaube ich bin äh das ist das ganze Gehege voll ja das ist ein Scamager ich führe deinen Tänzchen wieder auf WOLF 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 was hast du nicht gedacht hä was hast du nicht gedacht hä was hast du nicht Deiner ich konnte nicht so schlecht ausnunnen Alter Moment was ist das Moment was ist das oh schon übel ist wenn er runtergefallen ach sonst ist grüßen ich habe damit 10 1 2 1 2 2 2 2 2 1 Gibt es das, hätte ich gewusst. Glocken! Glocken! Du sollst mich blocken! Glocken! Glocken! Okay, also mit denen geht es gerade. Wenn wir so gut gespielt haben, dann müssen wir da wirklich... Oh, jetzt haben wir die Blaubeeren gefunden. Ein Blaubeeren-Nest. Pass auf, da kommst du nicht noch fallen. Das sieht aus, wie wenn da jetzt alles geräumt ist. Was ist das? Aha, guck mal da. Ein Topfgang da oben. Oh! Und jetzt? Da waren wir aber, da ist unser Brücke. Ah! 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 Scheiße! Gut, dann gehen wir da oben. Geht ja auch. Die Wölfe? Nein, das lassen wir jetzt mal. Wir haben ja, da haben wir die anderen da oben im Lager. Noch Vorsprünge ausschauen, Alter. Ist immer möglich, dass da irgendwo ein Versteck ist. Da haben wir einen Moment. Ah! Da hast du mal... Komm! Da hast du mal mit Blotwin oder Blotwein. Blotwin! 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 Du bist zurück! Ja, und in einer Schlappe. Ich war nicht das. Ja, es war eine sehr einfache Mission. Es war genug, um einen riesigen Wolf zu schlafen und einen Kieler-Snapper zu schlafen. Und alles mit dieser schlafen Schlappe. Ich habe dich gesagt, dass dieser Mann das alles braucht, um das zu tun. Gut für einen Rucki. Das war ja, und du kannst immer bei mir immer bei der alten Kamm. Ja, das ist sehr gut für dich. Nicht gut für dich. Nicht gut für dich. Gut für dich. Wenn du brauchst, dann kann ich es für dich. Für einen kleinen Preis. Nur wenn du es schlafen kannst, natürlich. Blotwin! Blotwin! Wenn du keine Ahnung hast. Das ist seine Philosophie, nicht wahr? Ja, eher so. Na gut, Rucki. Jetzt brauche ich dich nach der Watchtower und die Beacon. Du weißt, dass ich hier neu bin, richtig? Welche Watchtower? In der Kolonie, wir benutzen die alten Abandungen, um die Nachrichten zu schlafen. Eine gute Flamme ist, wie oft, viele Kilometer entfernt. Das ist es. Normalerweise wird es genug, um die Tür zu schlafen. Aber nach dem Ausgleichen, Gómez hat die Sicherheit verbessert. Und das ist, warum die alten Camp Soldaten nur die Tür öffnen, wenn sie das Signal sehen können. Und woher ist die Watchtower? Du kannst auf die Straße gehen, oder auf den Elevator gehen, wie du möchtest. Es ist auf der Oberfläche, an dem Blotwin sah den Schlafen. Als du da bist, kannst du diese Key öffnen, um die Tür öffnen. Alles klar, ich bin auf. Gut für dich. Aber vielleicht sollte man mal so zwischendrin speichern. Oh, was ist das? Wenn ich die Fiecher sehe, mich juckt es immer alle. Also noch einmal hoch. Jetzt weiß ich was, warum das mal. Zwischendrin waren die Hebel. Ich kann mal was erkennen. im spiel, jetzt will ich doch mal gucken, du wartest da vorne das ist gereinigt schon schneller das ist jetzt was bringt, weiß ich nicht ah, natürlich, Kiste, oh, Dietrich ah, Kappdun Rinderbraten, Kappdun spielzeuge Erzbogen 13 und zweimal Reischnatz genau, Kappdun Rinderbraten was ist das? Kappdun Rinderbraten Dababab Weltkrader, Hammangel Kappdun Rinderbraten Kappdun Rinderbraten Kappdun Rinderbraten Dietrich haben wir noch zwei Schlüssel für das Wachtturm Händler wird voll Rezept, Becher, Spielzeuge, Statue Rezept, Kappdun Rinderbraten Rinderbraten Darin wird erklärt, wie man den Kappdun Rinderbraten zubereitet Wird ich jetzt fast nicht vermuten Ich glaube ich, dass es so auch wieder ausgeht ohne Probleme Hallo So schnell geht das nicht So gedrückt habe Aha Gut, also dann hin auf der Wachtturm hin auf der Wachtturm nämlich auch Jetzt haben wir den Schlüssel gekriegt, genau Mach auf Mach auf Mach auf Boah Ich war ein so Massaker So Langsam, langsam, langsam Hoah Du Scheiße Ist doch ziemlich fein Natürlich Da auch Was Gieß das? Ja Schon gießt aber nichts drin Wir haben Vorsichtshalber noch Monsenfleisch Und ein Blaubeer Ja Dass das nicht auch gezeigt wird Da muss man immer die Waffe ziehen Um zu sehen Gut, das geht Zu kleinlichkeiten Nicklichkeiten Ich würde es nach oben gehen Ja Gebrauchfällig Ja Ich kann man leicht unterstützen So, da ist es Leuchtfeuer Das ist die Kurbel Und hier liegen echt die Ware Und zwar Flaschen Lachauf und Flaschen wieder erscheinen Brauchen wir bestimmt auch mal noch So, Gurbel Decke ich zu Und dann fahre ich es Und dann fahre ich es Und dann fahre ich es Wenn du 5 Spons brauchst Und jetzt? Jetzt wieder zurück LWDG ist Wollte ich mir jetzt ersparen Ich glaube also ich müsste noch in der Option eine Pichona Schraube Wegen steuern Das ist nichts für mich Da ist ja der Blotwind Variant Ja, das glaube ich Leichter Klart wie getan Achturmschlüssel Okay Oh Dann haben wir es vorher schon gelöst oder nicht? Wollte ich mal gucken Nein, halt nicht Wollte ich mal gucken Nein, halt nicht Wollte ich mal gucken Nein, halt nicht Ich spiele nicht mit der Maus Da ist es doch Da haben wir ja alles abgegrast Da steht er, ne? Weiß'n das? Ach Diego Er wird uns hier zwei davon Hoffentlich Das ist schon wieder das Fleisch äußern, ne? Warte mal einen Moment Ohhhh Das riecht riesig Wie kann ich dieses Schraube benutzen, um Lure Wolves zu holen? Ja Was? Demo Banden? Spielbanden? Ach bloß, wir sind fertig jetzt Scheinbar Es sieht fast so aus Wenn wir mal am Ende sind Hallo Gut Also Oh Es gibt noch ein Auto Welcome to your new home, rookie And this Is just the beginning Noch ein Screenshot gemacht Noch einer Noch einer Okay, also Ich bin Auch in einem überrascht Hat man es jetzt schlimmer vorgestellt Macht er jetzt noch ein paar Screenshots Also da lag du jetzt aus Aber das ist mehr was Also ich könnte mich mit auch freuen Okay Dann würde ich sagen Maxi Bis denne Ich bin